es geht weiter mit unserer tollen mission die bei gosbiken wildlands und es geht weiter heute mit dem weg von inseln nicht wir sollen nach wir sind immer noch eine mission kein ausweg wir haben wir haben gestern die mission noch angefangen mit dem lkw ja genau die das denken wir es war gerade wie die heißt tatsächlich keine auswählen oder quatsch mit soße gucken wo die heißt flugverbot heißt natürlich so damit aber heute mit weiter würde ich sagen es hat sich heute tatsächlich ergeben dass wir doch uns nach früher getroffen haben so dass wir ein bisschen mehr zeit haben zum aufnehmen und dann gucken wir einfach mal was ist heute so tolles erwartet hier wo war denn jetzt das ding hin kein das ist kein ausweg wir wollten ja ja ich so gerade das andere was das ich finde gerade den anderen punkt dafür nicht so bei mir gerade nicht im dings mit drin wie ich so auch gerade mal das muss ja im schnee im schnee gewesen sein hier oben da ist rechts eine insel cool island oder drüber ist eine insel unterschiede was von laster finden so schauen sie den siten lassen mit der funktion hier ausrückt also quasi um ziemlich rechten oberen teil der inselgruppe doch ich habe es damit angenommen ich müsste sie ich hab sie damit markiert na dann machen wir los was rücken wir mal aus wo willst du hin mehr wege raus aus dem lager so nur den richtigen nicht den ganzen richtigen weg gefunden das spielt eine andere mission ist das jetzt überhaupt richtig naja wir würden schon irgendwie hoffe ich die richtige warum du bezahlst das ist es doch nicht ist das ein anderer laster jetzt sind wir sogar gleichzeitig dadurch durch nee nee das ist eine andere mission die ich gerade gesehen habe mhm warte mal ich bin jetzt das ist vor ich jetzt irgendwie so wie jetzt irgendjemand falsch machen das heißt ja sinking country was denn das ding ich glaube das ist eine andere mission das ist die mission nicht nein sinking country ist die ist ja ist die gegend ja das war die andere mission die ich hatte das war auch irgendwas mit dem laster das war die mission was rumsitzen bezahlt ja so heißt die die ich gerade aktiviert habe ja ist das die ne das ist aber eine andere mission als die die ich meine bei uns heißt ja quasi die heißt ja aber die finde ich nicht flugverbot ist jetzt das sind kein kanti ist ja ich habe es auch nicht mehr ganz aufgeschoben wo wir sind es war was im schneegebiet also muss es eigentlich darum relativ oberhalb sein ja war ja schon das doch ja wir haben ja den schützpunkt im stegebiet aber ja tatsächlich den hat man schon gemacht ja das war doch nicht die mission das war noch mehr punkte das war noch die zwei oder drei schutzpunkte oder nicht oder war das aber die mission schon abgeschlossen aber die mission abgeschlossen nein wir hatten einen teil davon abgeschlossen ja ja wer eben deswegen bist wir ja zwei das ist ja zwei hauptsächlich das jetzt habe ich selber probleme gerade für die müssen zu finden oder war das ist das war so wie fand ich ich finde es nicht mehr dass es einfach irgendeine mission machen ja ja also wenn wir schon auf lkw sind es sind noch so viele kleine missionen in der nähe die wir machen können bist du eingestiegen nee nee ich komme jetzt das auto ja ja schon egal aber eigentlich bis das ist ja das ist ja abgeschlossen der weg von linsel finden drei links vier rechts hier colin mcg rally ich habe colin mcg rally nie gespielt aber das wac habe ich gespielt aber auch jetzt heißt es ja dort dort ist colin mcg rally früher gewesen ich habe colin mcg rally gespielt allerdings nicht auf meinem kanal da gab es ja noch nicht aber wie gesagt dass dort wc5 habe ich gespielt und ich glaube dort drei oder was war das glaube ich das habe ich glaube ich auch glitzbade die vierte teile habe ich mir schon wieder probleme gehabt am anfang habe ich dann immer nicht weitergemacht aber 3 3 habe ich durchgespielt hier ist hauptstraße ich will jetzt mal gucken wie ich jetzt fahren muss wo muss man da hin und ganz schönes stück jetzt rechts runter und dann links und wieder links ich kann mich nicht erinnern der ganzen zeit die wir das gespielt haben dass wir schon mal auf so einer straße unterwegs waren keine ahnung wir sind eigentlich sehr selten im auto gefahren sind wir immer von einer b geflogen ich fahre nur so langsam gerade weil da vorne ein patrouillen auto ist und ich jetzt kein bock habe hier neben so einem ding hier alarm auszulösen also wir haben auch noch nicht so viel von der karte entdeckt mal abgesehen davon da ich wollte aber in der karte drin bin und nicht im spiel sehe ich natürlich was passiert also sinken country da sind ja nicht so viel mit so viele dings mit offen ja scheinbar haben wir jetzt gerade keine wirkliche mission hauptmission offen ok müssen noch ein stück also flugverbot haben wir nichts mehr offen schnell haben wir die gemacht aber die abgeschlossen nein eigentlich nicht da war noch ein zweiter punkt dann ja ja aber die näher ist halt nicht da weiß nicht was da passiert ist war ich eigentlich auf deinen aufnahmen gestern zu hören ich muss so geben dass ich gerade nicht dass ich nicht reingehört habe aber muss ich bis ich nachher gucken auf der platte mache ich gleich mal wenn ich von mir die folge zu ändern ich habe ich aber ich auch eingestellt nicht aufteilen ein bisschen ziemlich am anfang zu hören sein wir sind auf jeden fall irgendwo gegner ich habe auch keine karte da hinten kommen welche drei stück die straße lang töten oder leben lassen auch wir gehen so lange wie wir nicht bemerkt werden aber da kommt das flugzeug vorsicht mal kurz schmutzig machen so da vorne ist auf jeden fall der ziel lkw sie ist ja auf der karte ja da steht ja das 1 2 3 leuten ich glaube einer zivilist ein schütze noch ein schütze ja zwei leute und halt der da war da war noch irgendwo ein gegner weil ich bin gerade fast gesehen wo er drei eilerscheidrechte steht links ich gehe mal rüber nach rechts auf den kurzen kurven die treffe ja das müssen weit und jetzt geht es auch eigentlich rein theoretisch könnte ich jetzt den rechten mir weg schießen ja der geläuft gerade jetzt wäre wieder stiller wieder stehen hast du den links auf visier also quasi ja 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 ok 321 habe ich alles gut das hat doch schon gepasst dass der erste genau auf dem kopf saß von mir zwar nur die entfernung die ein bisschen weiter war ja das andere da ist zivilisten die brauchen wir nicht ja ja die ok kann ich nicht ja ok wir sollen den jetzt zerstören wie machen wir das am besten warte mal hier liegen später generale hatten ich wäre vor wäre voll jetzt müssen wir noch b b b b b b b mal die auge warte mal ich weiß die steuerung schon gar nicht der 1 vielleicht warte mal gehen wir mal ein stück weg warte 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 mit der 1 wechselst du nur die schulter sicht ok warte mal kurz steuerung steuerung stehen video controller vorsicht die typen kommen wieder zurück jetzt will ich mal kurz darüber die einstellung zu gesehen worden okay die drehen sich wieder um die gegner kam gerade die wir von einer straße gesehen haben die drehen wieder um achso unten auf n1 drücken einfach da kannst du irgendwas werfen das war vielleicht nicht die absicht ich habe die idee ich habe hier was ich habe hier schon links im motorrad wird es ist okay ob sie naja das hat jetzt natürlich zuvor gebraucht weil der hkw ist tot weg meine fresse jetzt ist er weg naja hat er wieder funktioniert mit ein bisschen verlust zu viele zivilisten sollten wir uns auch nicht töten weil das könnte wieder negativ haben sie zumindest jetzt erledigt oder und was auch mit der ambition die ist weg ja da sehr gut aber ich dachte dass ich diese flugverbot mission dich dann wissen wir die erst mal neu aktiviert wie auch immer naja wie auch immer wir haben ja wissen was wir doch die hinten rechts da ist also hier ist ja noch eine mission in der nähe entwaffelt stücke weiter genau die würde ich als erstes machen und dann auf die insel rüber zu laster finden würde ich sagen ja machen wir so machen wir jetzt einfach so step by step gut das ist 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 das